Der Vortrag von Christian Stammel war für mich ganz besonders wichtig, weil ich arbeite in einem dieser großen Pharmakonzerne, nämlich Lexus Miff Klein, und verantwortet dort das digitale Marketing. Momentan sind wir genau dort, dass wir genau das Marketing personalisiert haben. Aber der nächste Schritt ist genau dort anzusetzen, auch das Angebot, das Offer, den Value für den Konsumenten zu personalisieren. Das schaffe ich halt nur, indem ich genau in diese Kooperationen eintrete, das Portfolio erweite, über Technology-Kooperationen, aber auch anderen Kooperationen mehr Value überhaupt ins Portfolio reinbringe und neue Services für den Konsumenten schaffe.